Die LWF-Vollversammlung neigt sich dem Ende zu. Eva Hadem, was haben wir gelernt? Was ist für Sie der Ausdruck? Für mich ist der LWB besonders wichtig in seinem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bebauung der Schöpfung. Wie auch sein politisches Engagement. Und da sehe ich uns als EKM ja in einer großen Tradition, die wir schon lange haben. Und zugleich kann man hier immer noch mal wieder lernen, was sind die aktuellen Fragen, die aktuellen Herausforderungen, auch international gesehen? Wie können das, was wir im Kleinen tun, an Umweltaufgaben, die wir haben, wie können wir das einbinden in die große Welt, in den internationalen Kontext? Also was machen wir lokal, an vegetarischem Essen, an regional einkaufen? Aber wie verbinden wir das auch wieder mit der ganzen Welt? Und wie können wir hier auch vielleicht noch mal über unseren Gerechtigintolerant hinausgucken und mehr Verantwortung für die gesamte Welt in Brasilien?